Hallo zusammen, ich bin jetzt wieder die Emi, diesmal für eine kleine Info. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Im Moment ist es für mich ziemlich heftig. Es ist Sommer und wir, family-mäßig, machen wir sehr viel auch und da ist einiges nicht möglich. Deshalb mache ich eine kurze Pause von Mass Effect. Da wird es eine Pause geben. Vielleicht nehme ich trotzdem weiterhin auf, so wie ich es schaffe und render und so weiter und so fort. Aber ich werde keine Videos veröffentlichen von Mass Effect. Vielleicht sammle ich ein bisschen und das so, dass ich dann, wenn ich wieder weiter hochlade und das veröffentliche, dass dann die Folgen auch wieder regelmäßig kommen. Aber erstmal möchte ich eine Pause machen, ein bisschen kürzer treten, weil das doch schon ziemlich viel im Moment ist. Im Moment ist auch die Kleine ziemlich krank und deshalb, ja, das wollte ich einfach nur Bescheid sagen. Alles andere, ich versuche auf jeden Fall mehr Real Talk Videos, auch so wie hier dieses Imperium Backstage. Gerade Imperium Backstage versuche ich mal so einmal die Woche, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffe. Also ich will euch nichts versprechen, was ich hinterher nachher doch nicht halten kann. Und ja, ich versuche aber trotzdem, ja, es wird auf jeden Fall irgendwas kommen. Aber Mass Effect wird auf jeden Fall erstmal pausiert. Und das wollte ich euch nur kurz mitteilen. Also, danke fürs Zuhören und bis denn. Ciao, ciao.